Das war ja nicht so die gute Idee, aber jetzt habe ich die übertriebene Idee. Kennst du das Album? Ja, für das Album. Ey, Dark, du kennst doch diese ganzen Rapper, du kennst doch diese bösen Rapper. Die machen nochmal so eine Beleidigung und so. Ja, ich habe auch so eine Beleidigung, aber ich dachte, pass mal auf, ich brauche so ein bisschen. Wieder das mal? Bums, klack, bums, bums, klack, bums, klack, bum, bum, klack. Ich komme mit übertriebenen Doppelreimer-Mähnen. Ich habe sogar die Pferde. Ey, nochmal. Nein, Mann, die Hoke, die muss sitzen. Das ist das Wichtigste bei so einem Rap-Song. Ich weiß, Timing ist mein Ding, Alter. Timing ist alles, Alter. Timing ist mein Ding. Machen Sie auch nicht wieder rein. Ey. Ich komme mit übertriebenen Doppelreimer-Mähnen. Ich habe sogar die Pferde. Auf. Koppelrein. Ey, nein, Mann. Meine Konzentration, Alter. Konzentration, konzentriere dich mal, Alter. Konzentriere dich mal, Alter. Ah, ich komme mit übertriebenen Doppelreimer-Mähnen. Ich habe sogar die Pferde. Auf der Koppelwein sehen. Yeah. Ich brauche die nicht in den Harten schieben. Ich komme, um dir an die Nase zu ziehen. Und ich meine nicht so. Hier in meine Nase ziehen. Ich komme vorbei, um dir an die Nase zu ziehen. Boah, Alter. Okay, Mann, Alter, okay. Was sollen die nur machen, Alter, wenn ich komme und... Weißt du was? Ich weiß nicht, Alter.